Die Überlaufblase ist eine besondere Form der Inkontinenz, bei der es durch eine Senkung, insbesondere der vorderen Scheidenwand, dazu kommt, dass die Harnblase sich absenkt im Winkel zur Harnröhre, die Blase sich nicht mehr komplett entleeren kann und durch die immer weitere Füllung der Blase es dann zu einem massiven Urinverlust kommt, wenn der Schließmuskel der Harnröhre nicht mehr genug Halt geben kann. Untertitelung des ZDF, 2020